Ok, jetzt sind wir Need for Speedcard Carousel 2. Und dann... Ja... Machen wir doch mit den Geschichten hier mal weiter. Wenn ich M5 fahren darf, dann fahre ich dann doch auch, oder? Eigentlich... Ja... Machen wir es auch. Es ist Need for Speed BMW M5 hier. Wir können einfach alle nicht fahren. 27 an County. Verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein blauer Sportwagen. Das war der Lautstärkeregler eben. Da kann ich mir glaube ich erlauben. Sieht noch ganz gut aus. 27 an County. Welche Verfolgung ab? Bitte bestätigen. 28 an County. Verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein roter BMW M5. 19 an County. Da ist er wieder. Nehme die Verfolgung auf. Fahrzeug ist ein blauer BMW M5. 9 an magicallyzeigen B-K&D Ass Demws auf diesem Absatz einen müssten, Job. So schön gerade das Zaun hier ja. 7 an bolts Oh Mann, dasselbe Spiel. Schöne hinten drauf. 28 an County, Verfolgung zu gefährlich, Brecher! Ein Blinder, will doch nicht. Nehme die Verfolgung auf, Fahrzeug ist ein blauer BMW M5. 27 an County, Verfolgung zu gefährlich, Brecher ab! Ja, dann brech mal ab. Ja. 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 28 an County, bin wieder an ihm dran, verfolge ein Fahrzeug. Das Fahrzeug ist ein blauer BMW M5. 28 an County, wir bremsen ab und nehmen ihn in die Tanne. Ich glaub's doch selber nicht. Verfolgung zu gefährlich! Anfahrt! 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 Das sind vielleicht ein paar Pfeifen. 27 an County, er hat mich abgehängt. Dabei kann man mir doch eben gerade eigentlich erst noch mal näher, oder? Naja... 19 an County, hab mich hinter einem Reiser geklemmt. Versuch ihn zu stoppen. Ja, dann versuch mal. Passag zu überholen. We brauchen Luftunterstützung. County an Forrest 1771, Hubschrauber ist unterwegs. Nein! Glück gehabt! Versuchen wir, da ist nix. Hubschrauber 1 in County, er hält sich an. Der Verdächtige hat mich abgehängt. Hubschrauber 1 in County, fliege zurück zur Basis. Das ging gerade so gut. Der war eben ein Blindgänger. Damn! Holy shit! Oh, einmal zurücksetzen, bringt uns nix, was auch immer da passiert ist. Jetzt sahen wir noch mit dem Bug aus. Hätte vielleicht aber einmal die Kamera wechseln sollen, hätte man vielleicht ein bisschen mehr gesehen. Aber ein Neuergut. Okay. Dort links, das heißt nicht nur so rechts durch. Hat sogar geklappt, ohne... ...gerammt oder? So, wir haben ihn geschafft. Hast du treuern? Dir wird der Goldpokal verliehen. Was denn sonst? Hehehe. Ja, ich möchte aber gerne mal gucken. Ne, ich kann's nur insgesamt alles runterregeln. Das ist unpraktisch. So. Hm, muss das sein? Die nehmen sich optisch nicht viel, ne? Vauxhall. Ich nehme mal den Vauxhall. Mit dem Opel Speedseil, schlechte Erfahrungen. Da kommt einfach nix bei rum bei dem Teil. Oh, dann wollen wir mal schauen hier. Musik dürfte für meinen Geschmack echt noch ein bisschen lauter sein eigentlich, muss ich hier nochmal schauen dann. 27 an County, verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein blauer Vauxhall VX220. Dammte Scheiße. Ich muss noch meinen Platz wiederholen hier, ja. Ist ja kein Problem, machen wir. Junge, 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 das wird so nix. Ja, aber gut. Ich muss meine Musik wieder lauter stellen. Konnte die Musik gar nicht einstellen, wenn man so haben wollte, ja. Tracks rausnehmen, oder so. Finde ich ein bisschen schade, aber gut, was soll's. Nochmal das Ganze hier. Gucken, ob das jetzt besser kommt. Auch soundtechnisch. Bisschen mehr Musik wäre halt echt nicht übel. Ich hoffe, dass ich keine Content-ID-Probleme kriege. Ja, da fängt mir schon besser. Wobei sie mir jetzt schon wieder eigentlich zu laut ist etwas, aber naja. Musik Das mit diesen Kügelchen, nein, ist nicht so einfach. Dann fehlt's einfach an Leistung. Dann haben wir dieses Polizisten-Problem hier. Ah, fahrt den Bullen mal schön drauf da, genau. Damit das mal versteht. Geil. Musik 27 in County, Gefahr ist zu groß. Beende Verfolgung. 31 in County, verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein grüner Vauxhall VX-220. 19 in County, da ist er wieder. Nehme die Verfolgung auf. Fahrzeug ist ein blauer Vauxhall VX-220. Ah. Dammter Wasser, der. Schwere Geburt hier, oder was? Ähm. Schwere Geburt hier, oder was? So. 19 in County, Gefahr ist zu groß. Beende Verfolgung. Das ist die letzte Runde. Das ist die letzte Runde. 20 in County, brauche Unterstützung. Bin in der Nähe der Brücke. 28 an 31, werde die Unterstützung übernehmen. Geschickterweise geht das dann, dass man die loskriegt. Ok, so seitenwechsel halt. 27 in County, bin wieder an ihm dran. Verfolge ein Fahrzeug. Fahrzeug ist ein blauer Vauxhall VX220. Jo dann. Ich werde weitere Unterstützung benötigen beim Seebad. 28 an 27 bin direkt hinter dir. So, jetzt fahr ich mal hier lang. Gucken, ob das das bringt. Ne, einen haben wir immer noch. Am Hintern kleben. Und da kommt der zweite auch noch dazu. Oh, lecker. Das ist ja richtig lecker hier. Dann halt so. Jo. 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 Ich werde nicht mal anständig Auto fahren. Oh, 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 oh. Oh, hier habe ich anscheinend meine Ruhe gerade. Die kommen hier nicht rüber. Sehr schön. Traut sich wohl nicht in Gegenverkehr. Und jetzt haben wir sauber hier. Auch dafür. Ja. Dann haben wir die Zeit da schon wieder voll, ja? Und ich verabschiede mich damit. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.